Das Galileo-Top-Thema heute. Über 5 Millionen Waffen sind in Deutschland im Privatbesitz. Die Zahl der Waffenbesitzer steigt. Inzwischen gibt es sogar die German Rifle Association, GRA. Das erinnert irgendwie total an die extrem mächtige Waffenlobby NRA in den USA. Wer steckt hinter der deutschen Waffenlobby und was wollen die? Bei solchen Bildern denkt man an die USA. Aber wir sind nicht in Texas, sondern in Baden-Württemberg, in Deutschland. Bisher hat das Thema Waffen bei uns im Alltag kaum eine Rolle gespielt. Aber das ändert sich gerade. Die Anzahl der Waffenbesitzer ist in Deutschland in den letzten Jahren angestiegen. Und wenn es nach der GRA, der German Rifle Association, geht, könnten es mehr werden. Ich fände die grundsätzliche Lösung, den Bürgern zuzugestehen, nach qualifizierter Ausbildung eine Waffe zu tragen, ziemlich gut. Aber wer ist das? Die GRA? Wir sind in Wiesloch, beim jährlichen Spring Break der GRA, einem Treffen von Sportschützen und Waffenbesitzern. Organisiert hat das Ganze Oliver Huber, Vorsitzender der German Rifle Association. Was ist denn die GRA? Die German Rifle Association ist eine Interessengemeinschaft von Leuten, die sich für Waffen interessieren oder auch für den Umgang mit Waffen. Warum braucht es eine solche Interessengesellschaft? Weil der Umgang mit Waffen oder Waffen an sich in einem ganz hohen Maße durch Medien und durch Politik mythologisiert worden sind. Aus dieser Dunkelzone und aus dem Image, alle Waffenbesitzer sind im Prinzip einer psychischen Störung unterlegen, rauszukommen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, zu sehen, das sind ganz normale Menschen. Die gehen einfach einem Hobby nach. Diese Möglichkeit wollen wir den Menschen geben. Die GRA ist also eine Interessengesellschaft von Waffenbesitzern. Wie die amerikanische NRA. Sie will informieren. Die GRA hat erkannt, dass das Interesse an Waffen auch bei uns zunimmt. Dabei ist es in Deutschland, anders als in den USA, sehr schwer, eine Waffe zu bekommen. Bei uns ist das so. Waffenbesitzen darf nur, wer eine Waffenbesitzkarte hat. Die bekommt nur, wer ein waffenrechtliches Bedürfnis hat. Also einen Grund, eine Waffe zu besitzen. In der Praxis sind das Jäger, Sammler oder Sportschützen. Führen, also bei sich tragen, dürfen sie ihre Waffe aber nicht. Das darf nur, wer einen Waffenschein besitzt. Den bekommen Privatpersonen quasi nie. In der Praxis haben ihn hauptsächlich Eingestellte von Sicherheitsunternehmen. Nicht alle, die heute hier sind, sind Unterstützer der GRA. Aber alle sind Sportschützen. Insgesamt gibt es in Deutschland über eine Million. Eine große Zahl. In den unterschiedlichsten Disziplinen betreiben sie das Schießen als leistungsorientierten Sport. Dazu gehört der Wettkampf mit dem Luftgewehr genauso wie das Schießen mit großkalibrigen Waffen. Die Sportschützen sind auch schon lange in eigenen Verbänden organisiert. Warum braucht es da noch die erst vor einigen Jahren gegründete GRA? Also wir vertreten nicht den Schießsport, sondern wir vertreten letztendlich oder versuchen, die Waffenbesitzer an sich zu vertreten. Ein weiterer Punkt ist natürlich der Selbstschutz, den in der momentanen politischen Situation für viele Bürger schon die Nachfrage stellt, in welchem Rahmen kann ich mich selber schützen. Die GRA setzt sich für ein verständlicheres Waffengesetz ein, kämpft gegen Waffengesetzverschärfungen und fordert sogar eine Lockerung. Die GRA trägt dazu bei, dass die Leute einfach auch diesen anderen Blickpunkt bekommen. Waffen sind nicht böse. Waffen sind tote Gegenstände. Das kommt immer darauf an, was ich mit der Waffe machen möchte. Wenn ich die Waffe jetzt als Bankräuber verwende, bin ich natürlich ein bösartiger Mensch und möchte mich auf andere Leute Kosten bereichern, ihnen Schaden zufügen. Und dann gibt es Leute, die wollen sich einfach nur gegen solche Leute wehren können. Und wie sollen sie das machen, wenn sie von vornherein ausgeschlossen werden, mit entsprechenden Mitteln sich wehren zu können? Es geht um Menschen, die aus rechtlicher Sicht zuverlässig sind. Das bedeutet also auch Menschen, die nicht vorbestraft sind und die mit ihren Waffen, die sie berechtigt besitzen, auch verantwortungsvoll umgehen. Und diese Menschen stellen keine Gefahr in der Gesellschaft dar. Statistiken zeigen, die Zahl der Waffenverkäufe und der Waffenbesitzer ist bei uns in den letzten Jahren zwar angestiegen, aber noch haben Waffen in Deutschland nicht den gleichen Stellenwert wie in den USA. Die Verfassung der Vereinigten Staaten räumt jedem Amerikaner das Recht ein, grundsätzlich eine Waffe zu besitzen. Das führt dazu, dass Umfragen zufolge in den USA um die 90 Millionen Menschen legal Waffen besitzen. Die meisten gleich mehrere. Damit ist das Geschäft mit Waffen nicht nur ein Milliarden-Business. Allein durch ihre große Zahl können Waffenbesitzer großen Druck auf Politiker ausüben. Die Folge eine mächtige Waffenlobby. In Deutschland ist es aufgrund der Gesetzeslage viel schwieriger, eine Waffe zu bekommen. Waffenbesitzer sind für die Politik weniger wichtig und es geht um weniger Geld. Aber auch in Deutschland gibt es um die 1,5 Millionen Menschen, die legal eine Waffe besitzen. Die GRA betreibt regelrecht Imagearbeit für den Waffenbesitz. Hauptsächlich in sozialen Netzwerken und Blogs. Aber auch bei solchen Veranstaltungen wie hier in Bochum. GRA-Vorsitzender Oliver Huber lädt einmal im Monat zum Schnupperschießkurs. Tatsächlich kann jeder kommen, der einmal eine Waffe ausprobieren möchte. Bevor geschossen wird, gibt es noch eine Theorie-Einführung. Oliver Huber will mit dieser Veranstaltung das Schießen in die Mitte der Bevölkerung holen. Und wer vorher noch nie eine Waffe in der Hand hatte, soll so die Angst vor den tödlichen Geräten verlieren. Das ist schon komisch, wenn du jetzt so den Lauf in unsere Richtung hältst. Ja, finde ich auch. Aber schon kurze Zeit später halten die Schießschüler dann selbst eine geladene Waffe in der Hand. Ich mache hier einen Schuss rein. Ich führe das Magazin ein. Lass den Schlitten nach vorne laufen und mach die Sicherung rein. Fingerblatt aus dem Abzug. Dieser gefährliche Aspekt, der ist ja jetzt vorhanden. Und ich bin wirklich gespannt, was die Waffe jetzt, wie sie arbeitet, was da jetzt bei rumkommt. Feuer frei. Cool. Hat Spaß gemacht. Man zieht und in dem Moment ist es auch schon vorbei. Ich finde, das sieht bestimmt auch cool aus, weil man dann so hier steht. Schießen macht Spaß. Schießen ist ein Sport. Das sollen die Schüler hier lernen. Laden, entsichern, schießen ist für die Anfänger schnell kein Problem mehr. Für Außenstehende wird das leicht wie eine Anleitung zum Losballern. Das ist kein Abballern, sondern was ich möchte, ist, dass die ein Gefühl haben für das, was sie da in der Hand halten. Dass sie den technischen Ablauf verstehen. Und erst wenn sie den technischen Ablauf verstehen, können sie eine Pistole, ein Revolver oder ein Gewehr sicher handhaben. Dass Waffen gefährlich sind, ist für die Schnupperschüler am Ende des Tages in den Hintergrund getreten. Vorher sagte man Waffen, ui, aufpassen, böse. Und jetzt hat man sehr gut gearbeitet. Man kennt das Werkzeug, man sieht, wie es abläuft. Ich könnte mir sogar auch vorstellen, das vielleicht zum Hobby zu machen. Auch dank solcher Veranstaltungen wie beim Schnupperschießen schafft es die GRA durchaus, Menschen mit ihren Ideen zu erreichen. Ist das schon Lobbyarbeit? Timo Lange ist Lobby-Experte. Für ihn haben die Waffenbesitzer insgesamt durchaus Einfluss auf die Politik und damit eine gewisse Macht. Die GRA selbst hat seiner Meinung nach allerdings noch nicht genug Unterstützer. Also die GRA halte ich nicht für eine besonders mächtige Organisation, zumindest noch nicht. Sie ist eine Organisation, die aufgrund ihres Namens und aufgrund ihrer auch für Deutschland doch provokanten Thesen viel Aufmerksamkeit bekommt. Insofern hat sie sicherlich einen gewissen Einfluss, was Stimmungsmache angeht, direkten politischen Einfluss. Da würde ich eher bei den klassischen Verbänden der Jäger und der Schützen mehr Macht sehen. Eine Organisation wie die NRA in den USA mit so viel Macht und Einfluss gibt es bei uns aber schlicht nicht. Die GRA wächst zwar, ist aber noch lange nicht da, wo die NRA ist. Dabei ist auch die amerikanische National Rifle Association eine Interessensgruppe. Sie hat 5 Millionen Mitglieder und Einnahmen von bis zu 400 Millionen Dollar im Jahr. Durch Mitgliedsbeiträge, aber auch Spenden. Unter anderem von Waffenherstellern. Ihr Geld und die Wählerstimmen ihrer Mitglieder nutzt die NRA, um im Sinne der Waffenbesitzer Einfluss auf die Politik zu nehmen. Die deutsche GRA hat um die 12.000 Unterstützer. Einzige Einnahmequelle sind Privatspenden. Budget etwas über 10.000 Euro. Viel Druck können sie auf die Politik so nicht ausüben. Stattdessen spielt sich der Hauptteil ihrer Arbeit im Internet ab. Auf ihrer Homepage, in Blogs und in sozialen Netzwerken. Katja Triebel ist zweite Vorsitzende der GRA und Besitzerin eines Waffengeschäfts. Sie fordert nicht nur, dass das Waffengesetz vereinfacht wird. Ich glaube schon, dass jemand, der das Bedürfnis hat, für sich, dass er sich mit einer Waffe schützen möchte, dass er das Recht haben sollte, wenn er zuverlässig ist und einen Kursus macht, wozu auch Deeskalation, Notwehrgesetz und alles drum und dran gehört, weil die beste Verteidigung ist, wo gar kein Schuss fällt. Tatsächlich fühlen sich immer mehr Menschen in Deutschland unsicher. Das zeigt die steigende Zahl von Besitzern des kleinen Waffenscheins. Den braucht, wer eine Schreckschuss oder Gaspistole in der Öffentlichkeit tragen möchte. Begründet ist dieses Unsicherheitsgefühl nicht. Neueste Statistiken zeigen, die Zahl der Straftaten in Deutschland ist so niedrig wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Also ich habe kein Bedürfnis, eine scharfe Waffe zum Selbstschutz zu haben. Aber sie bestimmt auch nicht. Aber wir beide haben bestimmt weder Morddrohungen bekommen, noch sind wir zusammengeschlagen worden. Es gibt einfach unterschiedliche Situationen. Es werden nicht alle Leute sich eine zum Selbstschutz kaufen, selbst wenn es erlaubt wäre. Das macht man, wenn man das Bedürfnis hat. Der Staat erkennt dieses Bedürfnis aber nicht an. Und das ist das Problem. Katharina Schulze ist Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Sie beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Waffen und sieht das grundlegend anders. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier in so einem sicheren Land leben. Liegt unter anderem daran, dass wir da klare Regelungen haben, wer Waffen besitzen darf und wer nicht. Und wir eben nicht die Kultur haben, jeder läuft, ich übertreibe jetzt mit einer eigenen Knarre in der Hand oder an der Hüfte herum. Und ich glaube, das ist richtig und das ist gut, weil wir brauchen keine selbsternannten Sheriffs, wir brauchen keine Bürgerwehren. Dafür haben wir die Polizei. Das deutsche Waffengesetz zu lockern, kommt für Katharina Schulze nicht in Frage. Von den Befürwortern wird ja ganz oft gesagt, dieses mehr Waffen bedeutet mehr Sicherheit. Ganz ehrlich, das ist einfach falsch. Da gibt es ein ganz schlimmes, praktisches Beispiel und das ist der Blick in die USA. Da haben sehr viele Menschen sehr viele Waffen und es gibt auch sehr viele Verletzte und sehr viele Tote. Und das ist für mich ein so abschreckendes Beispiel, dass ich sehr froh bin über strenge Waffenregelungen. Ich glaube, das tut unserer Gesellschaft gut. Die Zahlen zeigen, dass Deutschland sicher ist. Weil sich trotzdem immer mehr Menschen unsicher fühlen, trifft die GRA mit ihrer Forderung nach einem liberaleren Waffengesetz dennoch den Nerv der Zeit. Der Einfluss der Gruppierung ist allerdings noch nicht mit dem der mächtigen NRA vergleichbar.